Das Leben eines Studenten Was die Eltern denken Was die Freunde denken Was die Schüler denken Was die Gesellschaft denkt Wie es wirklich ist Bock zu saufen Hier haben wir mal aufgedeckt Wie das Leben eines Studenten wirklich ist Wollt ihr noch andere Videos dieser Art sehen Hier findet ihr einmal ein Video Über das YouTuber Leben Und über das WG Leben Viel Spaß damit Bis demnächst Ciao Ciao